Durchschauen und Lenken in drei einfachen Schritten. Wenn Sie lieber andere dumm aussehen lassen, als selbst die oder der Dumme zu sein, sollten Sie das oberste Prinzip jedes menschlichen Verhaltens berücksichtigen. Es lautet, so gut wie jede unserer Handlungen verfolgt eines von drei Zielen. Uns zu schützen. Um etwas Gutes, Schönes und Angenehmes zu verschaffen oder uns von Schlechtem wegzubringen. Von Schmerz etwa wie oder der Kummer. Schauen Sie sich das Verhalten Ihrer Mitmenschen genau an und erkennen Sie, welche dieser drei Ziele der Mensch gerade verfolgt. Sobald Sie sein Primärziel durchschauen, durchschauen Sie den ganzen Menschen und Sie können ihn nach Ihren Willen beeinflussen und lenken. Das fällt Ihnen umso leichter, je höher der Feinheitsgrad ist, mit dem Sie die Ziele der anderen bestimmen. Haben Sie keine Hemmungen, die Erkenntnisse, die Sie über Ihr Gegenüber herausgefunden haben, zu Ihrem Vorteil einzusetzen. Schließlich versuchen die anderen dasselbe mit Ihnen. Freunde, welcher Vortrag hat Ihnen am besten gefallen? Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klinge, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Sie finden weitere praxisbewährte Informationen zu vielfältigen Lösungen Ihrer Herausforderungen auf der www.erfolgsunline.de Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.